Hallo Leute, ShebeBlack hier und wir sind diesmal nicht bei TroubleMineville oder sonst was bei Minecraft, sondern bei einem Jump'n'Run mit dem Jump'n'Run Profi Ball. Hallo. Hallo. Er ist hochmotiviert. Ja. Naja, egal. Fangen wir an. Los, so geht's vor. Oh my god. Diese Grenzleistung müsst ihr immer erst mal nachmachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben, das ist aber so gut wie du den ersten Sprung verkackst hast. Das war extra, Mann. Echt? Nein. Aber ich hätte es dir zu gut getraut. Ach, ne. Ach, ne. Yeah, ich bin weiter als du. Oh my god. Oh, okay, wie er ist. Wohin jetzt? Da. Scheiße. Ich bin von dem Block runtergelaufen. Wenn hier noch PvP enabled wäre, dann wäre es schlimm. Ah, das leckt grad irgendwie so bisschen klein. Ich hab mir nicht. Ich hab 30 FPS. Und zwar das wegen Fraps, aber egal. Ich hab... ... 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